So, deine Bastelzeit und heute soll es mal wieder um die Dinger hier gehen. Ja, diese RGB LED Panel Matrix Dinger. Die hatten ja schon häufiger und beim letzten Mal, als ich die gezeigt habe, da hatten wir hier diese 64er uns angeguckt. 64x64 LEDs und haben die teilweise repariert und somit wieder ins Laufen gebracht. Seitdem ist viel passiert. Also werfen wir mal einen Blick drauf, was sich hier so getan hat, was ich alles geändert habe. Erstmal zur Beruhigung. Die Panels laufen wieder alle. Beim letzten Mal hatte ich während der Reparatur auf einem Panel hier einen von den ICs abgerissen. Das hatte dazu geführt, dass bei einem Viertel von den LEDs hier das Blau nicht mehr funktioniert hatte. Das habe ich inzwischen geklärt. Ich habe hier einfach die Lötstopp-Maske dann eben weggekratzt, den IC wieder hingesetzt und mit ein paar kleinen Drahtresten das Ganze wieder festgelötet. Also alles wieder zu benutzen. Ist zwar jetzt ein bisschen verstaubt, aber wie wir sehen können, ist es wieder fest und es funktioniert auch wieder alles. Bleiben jetzt noch zwei Probleme oder eher mögliche Probleme, die wir hier mit hin haben können. Das erste ist, beim letzten Mal sah das Ganze so aus. Ja, die Verkabelung. Ich denke, da muss ich nicht ganz so viel zu sagen. So einzelne Kabelchen. Das ist zwar schön, um mal was auszuprobieren, aber wenn man irgendwas haben will, was ein bisschen langfristiger laufen soll und vielleicht auch zuverlässig, vielleicht nicht unbedingt der Weg, den man gehen möchte. Also da muss ich auf jeden Fall ran. Muss mir irgendwie ein Adapterkabel machen von Raspberry Pi auf Panel, sodass ich die hier entsprechend direkt einstecken kann und nicht mehr so einen riesen Kabelwust habe, der ständig auseinander geht und ja, so dann Probleme macht. Das zweite, das sind die Spannungslevel. Und zwar, naja, da gibt es da so einen kleinen Haken, auf den man eventuell stoßen kann, wenn man ein bisschen mehr mit Indigern arbeitet. Und ich glaube, den gucken wir uns erst mal an. Dafür müssen wir uns aber ein bisschen in Logikfamilien und so vorarbeiten. Vielleicht sagt euch die 74er Serie etwas. Das ist so ein Standard-Set von Logik-Bausteinen, zum Beispiel irgendwie klassische Logik-Bausteine wie Ant, Nand, Or und solche Sachen, also Buhlsche Logik, aber auch komplexere Sachen. Schieberegister hatten wir hier zum Beispiel mal oder auch Counter werden da hergestellt. Die klassische 74er Serie, das war sogenanntes TTL, Transistor-Transistor-Logik. Das heißt, man hat also quasi eine Schaltung aus Bipolar-Transistoren gebaut und hat die dann in ein IC reingegossen. Das funktioniert natürlich, aber wir alle wissen ja, Elektronik und allgemein alles, was irgendwie mit Technik zu tun hat, da gibt es meistens mehrere Sachen zur Auswahl und das auch meistens mit Sinn. Deswegen gibt es auch da wieder Sondervarianten, denn neben dem 74er, sagen wir mal zum Beispiel 7404, wäre ein Inverter. Da gab es dann plötzlich die 74LS04. LS steht dabei für Low Power Shotkey. Das heißt, man hat zusätzlich zu den Transistoren noch Shotkey-Dioden da reingemacht. Das führt dazu, dass die ganzen schneller schalten können. Wir können also höhere Frequenzen erreichen, schnellere Schaltungen bauen, braucht aber auf der anderen Seite auch mehr Strom. Ja, ich weiß, heißt hier Low Power, aber auch eine Low Power Shotkey braucht meistens mehr Strom als die klassischen Bipolar-TTL-Sachen. Heutzutage hat sich ja was anderes durchgesetzt, nämlich zum Beispiel der 74 HC 04. HC heißt wie CMOS, also Complementary Metal Oxide Semiconductor. Und ja, da hat man im Prinzip vereinfacht gesagt die Transistoren gegen MOSFETs ausgetauscht. MOS hat allgemein den großen Vorteil, dass es, wenn es in Ruhe ist, quasi keinen Strom braucht. Also so gut wie nix. Das heißt, wir haben deutlich geringeren Stromverbrauch als die alte TTL- oder LS-Logik. Und gleichzeitig, die Dinger sind nicht so störanfällig, sind meistens auch schneller. HC, High Speed CMOS in dem Fall hier. Das heißt also, wir haben sehr viele positive Punkte und Überraschung. Deswegen wird das heute auch fast überall benutzt, wenn man noch mit so Logik-Bausteinen arbeitet. Jetzt ratet mal, wo mit so Logik-Bausteinen gearbeitet wird. Überraschung, hier drauf. Hier haben wir zum Beispiel den 74 HC 04 D drauf. Okay, also jetzt wissen wir schon mal, der Chip ist hier drauf und wir wissen auch grob, wofür das HC hier steht. Aber es gibt da einen wichtigen Punkt. Den finden wir, wenn wir ins Datenblatt reingucken. Denn naja, wir wollen einzelne Nullen verarbeiten und dafür gibt es eine sogenannte Schwellspannung ab. Wo ist das eine 1? Wenn wir ins Datenblatt reingucken, dann sehen wir hier zum Beispiel, dass wir, wenn wir das Panel hier mit 4,5 Volt versorgen würden, wir mindestens 3,15 Volt benötigen würden, um zu sagen, du bist High. Also alles, was drüber ist, ist okay. Ist eine 1, drunter, ne, bisschen wackelig. Bei 6 Volt, da sind wir dann aber schon bei 4,2 Volt, die wir benötigen. Wieso ist das jetzt ein Problem? Naja, unser Panel, das läuft mit 5 Volt. Das war jetzt nicht beschrieben, aber wir können schon mal so grob die Hausnummer sehen. Irgendwo zwischen 3,15 und 4,2 Volt werden wir da landen. Der Raspberry Pi hat auch seinen GPIO Pins, aber 3,3 Volt Level. So, 3,3 Volt, können wir jetzt schon Pi mal Daumen sagen. Das ist, wenn überhaupt, nur extrem knapp drin in dieser Mindestspannung, die hier angegeben ist. Wird das in der Praxis irgendwas ausmachen? Äh, ehrlich gesagt, nein. Die Werte, die wir hier sehen, das sind ja Optimalbedingungen. Die sollte man einhalten. Allerdings realistisch gesagt, die ICs haben alle noch ein bisschen Luft, ein bisschen Reserve und das heißt, wenn wir das Ding anklemmen, wird es funktionieren. Wir hatten es beim letzten Jahr ja auch angeklemmt an 3,3 Volt und es hat einwandfrei funktioniert. Aber wir müssen uns halt im Klaren sein, wir sind außerhalb der Spezifikation vermutlich. Wir graben in unsere Reserve rein und allgemein. Unsere Reserve ist schon ein bisschen strapaziert, denn wir haben sehr viele Kanäle nebeneinander. Das heißt also, es kann Crosstalk geben, dass sich die Leitungen gegenseitig stören. Wir haben eventuell lange Kabel, was auch wieder dazu eintet, dass Störungen da reinkommen. Es kann Spannungsabfall geben und das sind alles Sachen, die gehen auf Signal und dann kann es passieren, dass hier der IC das nicht mehr sauber als Einzelne interpretieren kann, wenn wir da was senden und auf haben. Wir haben irgendwie wirres Zeug auf dem Display, wissen eventuell nicht warum. Naja, der hier könnte der Schuldige sein. Kurz gesagt, 3,3 Volt hier anklemmen ist nicht best practice und naja, so ICs, um das gerade zu biegen, die Spannungen anzugleichen, die kosten nur ein paar Cent. Also, wenn wir eh schon dran sind, dann schmeißen wir auch die mit in den Mix rein. Ein guter Kandidat, das ist der 74HCT245. Das ist ein relativ verbreiteter Achtkanal Transceiver. Der kann also ohne Probleme 3,3 Volt annehmen, 5 Volt weitergeben. Dann haben wir diese ganze Voltage Problematik aus den Füßen. Wie gesagt, recht verbreitet sollte man also bei den meisten Händlern finden. Das einzige, wo man aufpassen muss, wie gerade schon gesagt, 74HCT. Das ist nochmal eine Sondervariante von dem HC. HCT hat dabei eine spezielle Eigenschaft, dass sie für Transistor-Transistor-Logik auch wieder kompatibel ist. Wenn wir ins Datenblatt gucken, bei denen wird dann ab 2 Volt alles als eins interpretiert. 3,3 ist da definitiv drüber. Also, da haben wir keine Probleme, die Daten von unserem Raspberry Pi anzunehmen. Und wenn wir den Chip mit 5 Volt betreiben als Versorgungsspannung, kommt hinten 5 Volt raus. Das heißt also, alles, was wir mit 3,3 Volt schicken, kommt als 5 Volt raus und geht dann als 5 Volt hier zum Panel. Und damit sind wir auch locker wieder in den von den ICs hier, so dass die das sauber entgegennehmen können. Problem gelöst. Für uns heißt das jetzt, dass wir jetzt nicht mehr irgendwie ein Kabel bauen wollen, sondern wir wollen wahrscheinlich eine Platine bauen, die irgendwie huckepack auf einem Raspberry Pi sitzt, dann die ICs mit drauf hat und irgendwie was hat, wo wir hier unsere Kabel einstecken können, um die Verbindung zum Panel herzustellen. Also, bauen wir da mal schnell was oder? Ne, wir bauen nicht. Ich bin fauler Bastler, wie sowas bauen, wenn andere Leute das schon gemacht haben. Ihr erinnert euch an die Library von Henna Zeller, die der gestartet hatte für hier diese Sachen. Naja, wenn wir uns da mal ein bisschen Repository umgucken, finden wir auch das hier in Ordner Adapters. Und da ist ein aktiver Adapter mit dabei, der genau das macht, was ich gerade beschrieben habe. Das heißt also, das Problem ist damit dann auch schnell erledigt. Das ist zwar nach eigener Angabe nicht die schönste Schaltung, aber es ist alles Nötige drauf. Das heißt, wenn ihr nicht selber was bauen wollt, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, wo man zugreifen kann. Wenn wir uns das hier mal in 3D angucken, dann sehen wir auch schon, da ist wie gesagt alles dabei, was wir brauchen. Wir haben oben die entsprechende Leiste, wo wir das Ding huckepack auf dem Raspberry Pi setzen. Wir haben unten drei Anschlüsse für entsprechend solche LED-Panel-Chains. Da passen dieselben Kabel ein, die auch hier bei diesen Boards für dazwischen benutzt werden. Das heißt also, wir können das einfach wiederverwerten. Außerdem haben wir auf der linken Seite noch einen Schraubanschluss für Stromversorgung. Der ist optional, ist direkt verbunden mit den 5V von Raspberry Pi. Das heißt, man kann entweder den Raspberry Pi mit USB anstecken, dann kriegt hier das Board mit den ICs die Stromversorgung durch den Raspberry Pi. Oder man geht hin, schraubt hier entsprechende Stromversorgung rein und kann dann über diese Schraubklemmen auch direkt den Raspberry Pi mit versorgen. Muss man ja nicht mit USB-Kabeln dokumentieren. Außerdem gibt es hier auf der linken Seite noch diese zwei Jumper. Das hat hier mit den 64er-Paneln zu tun. Denn hier diese Anschlüsse, die wir hier haben, die sind zwar prinzipiell relativ genormt. Allerdings bei 64er-Paneln, da gibt es dann irgendwie ein paar Hersteller, die Pins untereinander vertauscht haben. Um das dazu berücksichtigen, kann man hier mit diesen Jumpern, die wir sehen, dann einstellen, wie dieses 64er-Board konfiguriert werden soll. Ich habe noch eine kleine Änderung gemacht und zwar die ICs, die hier verbaut sind. Das sind die sogenannten SOICs. Die sind relativ einfach zu löten, haben einen Pin-Abstand von 1,27 Millimeter. Aber, naja, ich habe denselben Chip noch hier irgendwo in der Bastelkiste liegen als TSSOP-Variante. Die hat einen kleineren Pin-Abstand, 0,65 Millimeter. Ist zwar nicht so schön zu löten, aber wie gesagt, ich habe mir liegen. Es ist ein Open-Source- oder Open-Hardware-Projekt. Das heißt also, gerade das Ding aufgemacht, den Keycut, den Footprint getauscht auf die kleinere Variante, die Traces zurechtgezogen und dann kann ich da meine Chips wieder verwerten. Muss mir nicht neue kaufen. Das ist halt das Schöne bei solchen Open-Source- und Open-Hardware-Projekten. Da lassen sich solche Modifikationen sehr einfach machen und dann Schaltungen auf die eigenen Bedürfnisse wieder anpassen. So sieht das Ganze dann hier aus. Nehmen wir uns mal einen aus der Packung von diesen Chips hier oder Platinen. Wir haben also die eigentliche Leiterplatte mit, wir haben es eben ja schon gesehen, Raspberry Pi, Stromanschluss, Jumper, die Anschlüsse und natürlich die ICs in der Mitte, die dann entsprechend das Ganze versorgen. Jeweils noch mit dem Entkoppelkondensator und damit hat sich dieses Thema relativ flott erledigt. Muss man nur noch löten. Ich erspare euch jetzt das Löten oder ehrlich gesagt, ich habe keine Lust, das nochmal zu machen, weil eventuell die Videodateien weg sind. Sagen wir einfach, es ist gerade mit den Originalsachen natürlich extrem einfach, auch für Einsteiger zu löten. Das ist machbar. Ein bisschen Geduld mitbringen, dann klappt das auch, wenn es jetzt SMD ist. Prinzipiell also keine große Sache, ist einfach nur ein Adapterboard, aber die Wirkung ist natürlich entsprechend groß und ja, so sieht das dann jetzt hier aus. Wir haben entsprechend unseren Raspberry Pi mit der Adapterplatine obendrauf Huckepack. Ich habe jetzt nur eine LED-Chain hier eingesteckt, in dem Fall. Und was wir auch sehen können, da ist ein bisschen Lötzinnrest auf den Schraubterminals drauf, wo das normalerweise ist. Hintergrund ist, ich habe üblicherweise diese LED-Panels zusammen mit einem Computernetzteil in Betrieb. Die haben mehr als genug Leistung, um die LEDs zu versorgen und natürlich auch ein bisschen übrig für den Raspberry Pi. Und da kann man dann einfach die Kabel reinmachen und muss nicht erst das Ganze irgendwie noch auf USB umsetzen. Macht es für mich deutlich einfacher. Und diese Kombination, die hat auch schon ein bisschen was hinter sich. So knapp vor Corona und zwar in zweimal zweier Config. Also entsprechend hier eins daneben und dann zwei darüber. Wieder als Rechteck oder Quadrat ist es ja dann in dem Fall. Und so hat das ein bisschen Reise gemacht, war auf der Nacht der Technik in Koblenz zu sehen oder auch beim Chaos Communication Kongress in Leipzig. Hat jeweils einwandfrei funktioniert, ist durchgelaufen. Kein Wackler, keine Anpassung nötig. Alles einwandfrei. Einzige Sache, ihr seht hier eventuell, der Plastikrand ist nicht ganz so stabil, wie ich das vermutet habe. Da muss man eventuell dann mit ein paar Metallleisten ein bisschen mal nachhelfen und das Ding ein bisschen stabiler gestalten. Wie gesagt, das hier scheint nicht ganz so gut zu halten, aber elektrisch ging's. Und naja, es ist ein Raspberry Pi. Das heißt, der kann so ziemlich alles darstellen. Das heißt, ich habe es jetzt hier zum Beispiel in 1x3er Config in Betrieb. Und das Ganze darf jetzt hier als Overkill Weihnachtsbeleuchtung herhalten, dass das Ding wenigstens ein bisschen Nutzen hat, auch wenn man gerade keine Veranstaltungen hat. Und prinzipiell, es ist halt ein Raspberry Pi. Der ist recht universell. Der kann alles anzeigen, was ihr irgendwie als Bild oder Video rausrendern könnt. Ich habe hier zum Beispiel noch Code rumliegen, der dann abwechselnd eine Uhrzeit, das aktuelle Wetter oder auch mal irgendwie Wetterwarnungen vom DVD anzeigen kann. Kennt ihr eventuell auch von irgendwie so Banken hatten das früher teilweise, dass sie solche Anzeigen hatten. Sowas habe ich einfach mal nachgestellt. Prinzipiell ist da aber alles offen. Solange ihr es als Grafik darstellen könnt, könnt ihr das auch darauf anzeigen. Aber wie gesagt, das ist bei mir leider gerade alles Corona-bedingt auf Halde, weil ich brauche es halt nirgendwo wirklich. So, diese Platine hier und Raspberry Pi, das ist natürlich keinesfalls ein Ersatz für irgendwelche professionellen Sachen. Das heißt also, so ein professioneller Controller für hier diese LED-Matrix-Dinger, der dann HDMI-Eingang hat und jede Menge in Hardware macht, um die Dinger anzusteuern, der wird meistens eine bessere Farbwiedergabe haben, größere Displays hinbekommen und natürlich auch weniger flackern im Zweifelsfall. Aber so für einen Einstieg, ich meine, so eine Platine kostet heute nichts mehr. Und hier die LED-Panel, ich glaube, ich habe 15 Euro, 20 Euro pro Stück bezahlt. Das ist halt auch nicht wirklich viel. Das heißt also, man kann sich als Einsteiger für vergleichsweise wenig Geld so eine LED-Matrix-Anzeige bauen und eigene Sachen anzeigen, was halt, wenn man die professionell aus der Veranstaltungstechnik holt, ein Schweinegeld kostet und auf jeden Fall ein bisschen Eindruck macht, gerade bei Leuten, die sich halt damit nicht auskennen, wenn sie plötzlich so ein Ding vor der Nase haben. Und ich denke, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Leuten, die zu Hause basteln, zu zeigen, okay, sowas ist möglich, sowas ist gar nicht so schwer. Das ist kein Hexenwerk. Jedenfalls, wenn man es in klein nachbaut, ist es kein Hexenwerk. Und probiert es einfach mal aus. Und naja, wer weiß, die Leute, die früher mit sowas gebastelt haben, sind vielleicht später die Leute, die sowas als professionelle Produkte auch in Firmen herstellen. So, ich werde dieses hier jetzt auf jeden Fall mal wieder auf Halde legen, weil ein viertes passt drüberweise nicht in das Weihnachtsfenster. Und bis dahin, ihr seht, das Ganze funktioniert zuverlässig, macht hier Weihnachtsbeleuchtung und keine Wackelkontakte mehr. Platine löst alles und tut auch somit dauerhaft und zuverlässig, was es soll. Vielen Dank. Vielen Dank.